Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge Let's Survive mit mir, MC Gaming 4K, hallo Hallo Ich bin so eine Skelette und spinnend Ach, ähm Nein Alter, macht er viel Schaden Wer denn? Der Zombie Ich hab einfach mal einen Herz Genau, gewachsen Der nächste Villager Zombie Das ist nice Feuer brennt schon Ich hab einfach mal einen Herz Ich hab einfach mal einen Herz Oh, Enderman braucht du Scheiße. Einfach ein Enderman einfach raus. Äh, ich glaub Dings hat jetzt auch inzwischen Dynamic Lights drin, Optifine in einer Version. 7 im Enderplan. 7. Jo. Das ist nice. Also Optifine ist jetzt auf alle Fälle die Dynamic Lights Mod praktisch mit drin. Und das ist ziemlich cool. Ist halt irgendwie wie wenn man mit einer Fackel in der Hand das dann alles um einen herum blüht, wird automatisch. Okay, nicht. Ich hab nur Baustell. Ja. Aber was ist denn, Optifine jedenfalls mit drin? Nice, ich hab ne Potion bekommen. Haste 3. Ich mach uns mal ein Feld für links da, für oben für die Farben dann. Ich hab einfach mal TNT gemacht. Ich hab einfach mal TNT gemacht. Ich brauch mal TNT. Ups. Das Feld könnte ich ja nicht immer wieder abernten, aber... Kannst du das machen? Ja, kannst du machen eigentlich. Hier ist ja noch raus, die mit den ganzen roten Blöcken hier drin. Ich krieg übrigens heute Ferien. Heute? Hast du bekommen? Ja, so den heutigen Tag, wo das Video online kommt. Also nächste Woche. Oh. Ich hab jetzt, wo wir aufnehmen, schon anderthalb Wochen frei, aber... Ja, ne halbe etwa. Aber ich hab irgendwie noch nichts wirklich richtig Sinnvolles gemacht. Ich handel mal das Feld ab. Ach. Ja. Ja. Ich bin einfach richtig für das Seeds Ich weiß, man kann ja nichts anfangen Wir müssen eigentlich unten mal einen Slime-Block hin machen Ich glaube, das mache ich jetzt mal Wird auch lustiger Ops Da habe ich nicht ganz schnell genug gedrückt Gut, ich habe jetzt fast zwei Stacks im Weizen Vielleicht können wir mal etwas anfangen Ich weiß gar nicht, fliegt man damit dann ganz wieder hoch oder? Dann können wir vielleicht ganz wieder hoch 39 Brot habe ich gemacht Das ist nice Und ich fixe das hier unten noch kurz Ein Slime-Block Ja, ich habe es eben alles in die Ender-Chests getan Nocturne ist ja noch ein Achso, okay, der kann eigentlich weg Da, da sieht man das jetzt auch mit irgendeinem X-Light Wenn ich eine vergelände Hand habe Dann läuft das hier alles so schön Oh, das ist jetzt Das ist eine Verstandsliste Oh, 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 oh Ah, wo ist ein Bild wieder kaputt? Okay, vielleicht sollte man das offensichtlicher sehen. Nein, man kommt nicht ganz hoch. Okay. 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 Oh nein. Ich füge das so, nie? Okay. Ich hab jetzt 5 Stacks, also fast 6 Stacks oder so. Also meine Gülle, das ist schon wieder. Wie reicht jetzt? Wie viel Herzen? Wir gucken wie viel Herzen auf die Höhe verliert. Okay. Okay. Fantastisch. Oh lol, du hast das Feld geerntet. Ja. Das ist nice. Wachen wir nicht. Ach, jetzt habe ich Hunger bekommen von dem Viech da. Oh, dieser Kusche, hast du jetzt wieder hier? Ja, Flügel. Hast du Pfeile? Wir müssten da irgendwo eine Kiste sein eigentlich. Vielleicht. Meintest du nicht, dass du irgendwie... Meintest du nicht irgendwie, dass du zum Nether-Dach gegangen wärst oder so? Ja. Warte, wo war das? Hier. Da ist noch eine Kiste, da sind die ganz Metern drinnen gebraust. Wie kann man da nochmal raus? Ich sterbe gerade nur. Ja. Ja. Killen. Na, warte mal. Können wir erstmal vorgeblenden. Ja, können wir gerne machen. Das ist es gewesen von 12 auf 2. Wenn ich die Kiste reinhabe, dann lass an der Putztür runter. Bei MCW nicht. Komm vorbei. Und... Tschüss. Tschüss.